Also das Biofeedback-Stirmband hat hier hinten drei Kontaktstellen und alle drei müssen auf der Haut aufliegen. Die mittlere liegt hier auf der Stirn auf und die beiden äußeren, schwarzen, liegen an der Schläfe auf und dort wird quasi auch gemessen, wenn man den Kiefer zusammenbeißt. Man kann das auch ganz einfach selber gucken, wenn man hier die Finger an die Schläfe packt und dann zubeißt, dann merkt man auch, dass die Schläfen sich bewegen und dass sie sich wölben. Und genau das misst der Sleepguard. Und wenn man zwei Sekunden bzw. ab dem Zusammenbeißen kommt der Entspannungston und nach zwei Sekunden, wenn man dann immer noch nicht den Kiefer losgelassen hat, dann kommt der Alarmton. Dann trainiert der Körper quasi, dass man auf den Entspannungston hört und dann direkt schon wieder den Kiefer entspannt und loslässt. Also durch den unangenehmen Ton wird dem Körper quasi antrainiert, dass er sich, sobald der Ton ertönt, entspannt. Und das bedeutet, dass es auch langfristig ist, quasi mit dem Knirschen aufhört.